Heute mit neuer Frisur und relativ spät, weil es ist schon fast Mitternacht, aber das ist egal, wir ziehen das jetzt einfach mal durch, so wie es auch sein soll. Übrigens hier neue MINT ist draußen seit gestern wieder dabei. Schöne Ausgabe Nr. 12, wieder schöne Berichte natürlich drin, auch ganz besonders schön ist hier das Hypnosis. Das ist das Artwork Cover Team hier, die die wunderschönen Cover alle gestaltet hat, was mich auf eine fantastische Idee gebracht hat. Da muss ich aber erst noch ein bisschen vorarbeiten, da rücke ich ja ein bisschen später mit raus. Aber das ist toll, freut mich immer wieder. Gestern gekauft, auch schon durchgelesen. Also wie gesagt, hier holt ihr euch ab einem neuen Plattendealer oder am gut sortierten Kiosk. MINT Nr. 12 ist da. So ansonsten ziehen wir es jetzt durch, drei Scheiben, das ist übrigens mein Satz heute, wir ziehen das jetzt durch. So, okay, ich fang einfach mal an. Direkt als erste Platte kann ich mal hier oben rein und aber als erste Scheibe geht das richtig schön los. Vanity Six. Also guckt euch das an. Nicht nur für die Augen wunderschön, sondern auch von musikalischer Seite her geht das richtig funky los in der Bude hier. Vanity Six ist nämlich die berühmt-berüchtigte Sexy Background-Triple von Prince auf seiner Super-1999 Revolution. Ne, 1999-Tour. So hieß das ganze Ding, glaube ich, ne? Ja. Also das ist auch jemand, die sich immer wunderschön auf dem Bett geregelt haben und habe ich auch richtig funky drauf. Hier auch mit Nasty Girl, glaube ich, dass gleich der Opener hier auf der ersten Seite auch ein schönes Lied von Prince produziert und ich glaube, geschrieben hat er das Ding auch. Und passt ja auch so ein bisschen, wenn man so auf Nasty Girl geht, ne? Oder Wette Dreams, ne? Also hier ist natürlich klar, dass, äh, ja, was war hier alles so? Ja, was soll man denn dazu noch sagen, ne? Wunderschön. Von Apollonia Six hatten wir, glaube ich, schon mal irgendwie was. Das ist also die Parallelband, glaube ich, so. Ähm, jetzt haben wir es mal eben mit Vanity Six, ne? Und, ähm, 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 jetzt kommt ja nie mehr ein Name. Ich weiß es jetzt nicht mehr ganz genau. Hatten wir da auch schon mal eine Scheibe, ne? Schönes Teil. Schönes Teil. Vanity Six. Funky Trooper. Vanity Six, die Funky Trooper. Yes, man. Yes, man. Und ansonsten haben wir hier noch ach du herrje guckst du jetzt an die kommunals sind jetzt mal wieder in den 80er jahren erlandet don't leave me this way okay ist das jetzt nicht wirklich so mein ding haben wir reingeschlagen jimmy sommerville mit den kommunals kennt glaube ich jeder irgendwie so hat in den 80er jahren wirklich fast auch jeder gehört glaube ich oder so oder musste es sogar hören das bin ich nicht ganz sicher ist okay also es ist schon kommt man nicht dran vorbei letzten endes irgendwie so war überall da gehörte einfach in die 80er mit rein hat sich natürlich auch sehr etabliert natürlich in der community letzten endes aber davon wollen wir jetzt gar nicht so lange sie hatten relativ viele hits wo die auch alle in super remixes und so was umgeschlagen waren war da kommen ich glaube dass die bücher wie es jetzt genau heißt weiß ich auch nicht die kommen die freuen uns doch ganz besonders und jetzt habe ich hier ja das was ganz besonderes und zwar ist das steely dan mit und das ist eine ganz besondere platte weil es nämlich auch die original master recording scheibe hier das heißt das ist noch mal die alte ist die scheibe glaube ich von 74 oder irgendwie so bin ich ganz richtig oder 76 glaube ich gemacht oder so und die ist noch mal neu aufgelegt worden hier in den 80er jahren und wie gesagt der gute donald fagan und walter becker die haben sich dieses ding hier nochmal ganz besonders ausgedacht das kann man ja hier auch sehen also ich würde gerne einmal zeigen von was wir hier sprechen wir haben jetzt hier nochmal so mit kleinem zertifikats schon fast wieder super positive limited edition scheibe hier original master recordings hier wunderschön eingepackt nochmal irgendwie alles so also das ist eine hoch und heilige platte hier ne und wie gesagt donald fagan und walter becker die waren das waren ja zwei ganz wahnsinnig berüchtigte in der szene berüchtigte nerds will ich ja schon fast sagen ne also ich meine das ist ja eine scheibe der da haben ja unheimlich viele leute mitgewirkt die rangen und namen hatten da so hier jazzgrößen wie schorthor oder so was hier drauf mitgemacht die waren gestört die waren was anderes kann man dazu nicht sagen weil die waren wirklich so die haben alle fertig gemacht dass sie teilweise dann auch schon in den studios wieder gesagt haben gesagt mach das kram an alle meine nicht mehr mit das ist mir echt zu heftig die haben wirklich komplette aufnahmen gemacht und abgemixt und getan und wirklich bis ins kleinste detail ausgetüftelt und gemacht und getan und als endlich irgendwie alles fertig war und alles zu zufrieden waren sie gesagt super dass das jetzt endlich haben willst oder irgendwie sowas haben wir auf jeden Fall vorne angefangen muss aber machen wir es jetzt nochmal und alle haben immer nur gesagt gehabt die sind doof oder die sind verrückt alles anderes kann man nicht sagen also es ist schon ein gerade so in dem bereich sound das ist die hat glaube ich auch viele preise bekommen was sound und sowas angeht wie gesagt man muss immer so ein bisschen auf die 80er jahre 70er 80er jahre noch irgendwie münzen das ganze es ist schon eine referenzscheibe in sachen punkto qualität und sound zu der zeit wunderschönes teil steely dan mit ajar als special master recording freundlich das ist ein schönes ding kostet 80 euro mindestens so richtig teueres teil mein gott habe ich schätze unglaublich schatz 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 mein schatz mein nächster schatz hier guck mal an wenn das nicht irgendwie alles ne klaus schulze die geht ne klaus schulze ist im prinzip hoffe ich doch jedem ein begriff mitbegründer der berliner schulze der berliner schule ich hatte auch letztes jahr noch buddy love glaube ich so eine meiner lieblingsklappen von klaus schulze das ist aber auch ein ganz besonderes ding wie diggit weil das ist glaube ich die erste voll digital aufgenommene schreibe die es überhaupt gibt bin ich mir relativ sicher dass das so ist weil hier steht auch hinten nämlich drauf all recordings by gds digital recording system by klaus schulzes studio und dieses gds computer ist seiner zeit das war nämlich 1900 steht auch nicht drauf weiß ich jetzt nicht ganz genau bei seiner zeit wirklich nur in klaus schulzes studio zu finden er ist ja der pionier was sind es also angeht das wissen wir ja alle neben fröse und co ja das ist es genau so einfach eine referenzscheibe in sachen sind es also musik für die zeit nichts es gab nichts höherwertiges oder besseres klang nicht als diese platte zu der zeit und zwar war das hier steht jetzt doch drauf zwischen mai und september 1980 digit die voll digital recorded scheibe von klaus schulze number one die erste digitale scheibe überhaupt schönes teil freue mich ganz besonders rüber natürlich freue ich mich da ganz besonders rüber weil das ist ja meine klaus schulze platt bitteschön digit klaus schulze der gute gary moore ja leider in spanien im hotelzimmer verstorben ganz alleine traurig traurig der mann gehört auch zu meinen kleinen gitarrenheros letzten endes das ist eine schöne scheibe natürlich ist noch ein bisschen rockiger gary ist ja irgendwann abgedriftet so in die blues szene und hat dann ja auch letzten endes ja wirklich extrem sich verhakt und hat auch wahnsinnig gute 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 blues scheiben gemacht man denke nur an still die tolle lp das ist aber noch so eine zeit vorher das war nämlich da wo er noch rockig am start war nach sin lisi und co mit schönen titeln drauf wie zum beispiel witness of the future oder auch shapes of thing besonders schön hier drauf ist allerdings auch der hit das war glaube ich auch die single auskopplung empty rooms wunderschöne ballade mit ganz ganz tollen solis er selber ist ja irgendwie auch ein nordiri glaube ich oder so war dementsprechend sehr mit irland verwurzelt und hatte auch hier auf dieser platz ist durchaus noch ein paar naja also irische texte also schon politisch angehauchte texte am starten und er war noch sehr jung wenn man ihn da so sieht schön ich finde gary moore echt cool victims of the victims of the future von gary moore schöne platte ich stehe mal wieder auf und greife nochmal hier hinten habe ich den jemals hatte ich erst vor kurzem können wir gleich wieder beiseite tun mein gott ich dachte die hatten wir auch schon jetzt kommt jetzt erholt sich das doch alles so ein bisschen brand x ne morocan roll brand x natürlich collins als haupt schlachtzeuger in dieser wunderschönen guten guten jazz rock truppe ne phil collins wie ich ihn liebe aber ich glaube da brauche ich jetzt auch nicht so viel zwang zu erzählen weil ich bin mir sicher dass wir diese platte auch schon hatten ich zeichne da auch einmal die rückseite weil collins ist schon wirklich toll wenn man ihn da so anguckt hier unten wie super ja die aussehen könnte brand x morocan roll schöne schöne scheiben also ich mag das ist die collins seite wo man merkt so mein gott der mann der ist so richtig richtig gut ne der konnte nicht nur die frauen herzen zu schmerzen bringen sondern konnte auch richtig geil schmerzen das wissen wir aber auch von seiner genesis ok ich muss doch noch mal wieder aufstehen zum letzten mal vielleicht und ziehen wir nochmal eine scheibe raus und haben wir hier vielleicht noch mal irgendwas oder da noch mal irgendwas oder hier noch mal irgendwas eigentlich noch mal hier unten rein tja das ist natürlich auch wieder eine schöne abschlussscheibe von der ich nämlich nicht weiß was das nun genau ist das ist nämlich Miki Job was ist Miki Job Long Distance Romancer ich meine es ist natürlich schön dass er hier so auf dem Mond bis an der Telefonbox steht und das Artwork ist natürlich hier auch besonders schön aber ansonsten kann ich jetzt momentan echt überhaupt gar nicht sein was Miki Job ist ich glaube die habe ich auch noch nicht gehört das gehört mal wieder zu den Platten die hier irgendwie wahrscheinlich wegen dem Cover gekauft wurden von mir und ja irgendwie leider so ein bisschen in die Welt der Plattenuntergründe hier oder so geschwommen sind ohne mal jemals auf meinem Plattenspieler gelandet zu sein das Cover finde ich wirklich klasse aber ansonsten muss ich die auch noch mal auf der Seite legen zu keys, food, one love, get up and reggae die hier immer noch stehen die ich immer noch nicht gehört habe seit drei Tagen da packe ich die jetzt mal zu dann mache ich mal irgendwie so eine Ecke entweder Scheiben die ich nie gehört habe oder fährt Krise doch mal auf den Teller und höre sie mir einfach mal an das macht die Sache nämlich wesentlich einfacher und ansonsten würde ich sagen reicht das jetzt auch weil ich fange auch an zu laden und ich glaube meine Gespräche werden auch äußerst stumpfsinnig sag ich mal irgendwie so ne morgens ein neuer Tag und dementsprechend ziehen wir das ganze morgen wieder von neun auf und schauen wir mal ob wir da nicht ein bisschen lustiger sind es tut mir leid macht's gut Leute bis morgen ich freue mich Ciao